Hallo und herzlich willkommen zu einer freshen neuen Folge Minecraft Master Builders Heute mit einer Challenge und zwar werde ich heute alles in einem Pixel Art bauen Ja, richtig gehört, ich werde alles in einem Pixel Art bauen Kleine Info am Rande, das erzähle ich euch gleich, wenn wir wieder auf der Plattform sind So, gleich geht's los und jetzt geht's los So, das Thema ist Hook, nehmen wir uns mal Rot, ich hab das ja auf Englisch Red, Black, Eisen für den Iron, für den Haken, ja, können wir schon mal beginnen So, zack, zack, uuuh, uuuh, nicht mehr so viel Zeit haben wir So, müssen wir hier hochbauen, zack, 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 zack Ich hab vor, so eine Art Hook wie so einen Piratnamen zu machen Ah, das ist ja kein Pixel Art, oh weia Beinah hätte ich hier vergessen, dass es gar kein Pixel Art sein soll Aber das macht uns nix Das kriegen wir doch wohl hin, Leute Ja, Moment, das müssen wir noch ein bisschen verfeinern hier So kann man eine Hook schon herbauen Oh, das passt so, würde ich sagen Aber zurück zum Thema, was ich eigentlich wirklich erzählen wollte Ich kann das ja jetzt noch ein bisschen schwarz umruhen Bevor es hier wirklich Black umruhen, meine ich natürlich Und zwar, eigentlich wäre ja ein anderes Video gekommen Ich habe nämlich wieder ein neues Bild-Battle geplant Allerdings, als ich das Video schneiden wollte, ist mir aufgefallen Oh, das ist ja alles ein Standbild, aber nein Und dann habe ich alles, alles, das gesamte Game, habe ich ein Standbild aufgenommen Und das kann ich natürlich nicht hochladen, weil das wäre, äh, das wäre Kopfschuss, würde ich das hochladen Und, äh, deswegen kommt jetzt, äh, anstelle, ähm, Bild-Battle einfach Master-Bilders Tut mir leid, Leute Ich, äh, wollte wirklich selber gerne ein Bild-Battle, äh, machen Aber, es geht leider nicht Und was nicht geht, das geht leider nicht Oh, ohoh, oh, man Als ich das erste Mal gemerkt habe, dass meine Aufnahme Fuchigato ist Habe ich wie folgt reagiert Ach, ja, ist ja nicht so schlimm Das kann ich sowieso jetzt nicht mehr ändern Ähm, naja Ich muss halt was Neues aufnehmen Einige Stunden später sah das aber wie folgt aus. Nein, warum bin ich nicht aufgelacht? Oh, wir sind schon bei der Bewertung, ja? Wie findet ihr meine Hook? Zeig mir, wie ihr meine Hook findet, Alter. Komm. Na, na, was gibt ihr? Mein heißer Bleeding? Geht's doch? Ja, moin, keiler Hook, ey. Oh, Fehler. Was ist das denn? Oh, das ist ja mega schlecht. A Failure. Oh, er hat einen Fisch dran gemacht. Ja, it's good. Ja, ja. Was ist das denn geworden? Das wird ein Failure. Ich wette jetzt 10 Euro, dass das ein Failure wird, Leute. Und? Das ist kein Failure. Okay, ja. Das soll, glaube ich, ein Pirat sein. Ja, it's okay. Die ist okay. Ja, er hat da ein Würmchen dran gemacht. Und einen kleinen Stuhl. Da. Für das Würmchen gibt's einen Kurt von mir. Oh, die Angel sieht ziemlich gut aus. Oh. Oh, gut. Kriegt auch einen Kurt von mir. So, ich glaube, jetzt wird bewertet, wer gewonnen hat. Aber ich bin Zweiter geworden. Zweiter ist okay. Damit bin ich zufrieden. Auf jeden Fall war meine dritte Reaktion dann, als ich gemerkt habe, dass meine Aufnahme für gar nichts war. Es sah dann ungefähr so aus. Warum? Warum? Oh. Oh. Das ist super. In drei Sekunden geht's wieder weiter im Game. Und was wird das? Was wird das? A Bracelet. Sieht das aus wie eine Hand? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin aber auch auf Deutsch eingestellt. Hilfe, Hilfe. Mayday. Mayday. Wir haben nur noch 52 Sekunden. Das muss jetzt aber schnell gehen mit dem Bracelet hier. Zack, 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 zack. Hilfe, 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 Hilfe. Oh, jetzt wirkt es mich am Kinn. Ich würde sagen, wir machen so eine Goldkette, Goldarmwandkette. Zack, 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 zack. Ja, gut. Na ja. Kann man so nehmen. Mir fällt gerade so auf, ich habe nur vier Finger. Oh Gott, Hilfe. So. Dann wird mal hier schön gebautet. Was sagst du? Was sagst du? Was sagst du? Hm, was sagt ihr so zu meinem Pixelart, hm? Ja. Einer schreibt Gong oder Grün. Da hat gleich einer mehrere gebaut. Das sind so Minecraft-Fernchen. Ah, it's okay. Ja, da hat jemand eine Faust gebaut. Ja, auch okay. Ja. Was ist das? Äh, okay. Fehler. Oh. Oh, das ist mein Trick. Aber hier ist kein Bracelet dabei. Äh, meh. Also es sieht zwar gut aus, aber hier fehlt ja das Bracelet. Where's the Bracelet? Was ist das? Was ist das? Sieht aus wie eine Kette. Hä, 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 hä. Mäh. Das ist, ähm. My eyes are bleeding. Fehler. Tsch. Was ist das denn? Oh, man. Das ist einer? Ach. Der trägt hier so eine Art Schweißband oder sowas. Micmac. What? Uh. Ja. Hm. Ja, das ist schon gut. Ich glaube, jetzt kommt die Abstimmung. Wer hat gewonnen, Leute? Lara. Boom. Boah, ich bin voll weit unten. Okay, Leute. Neue Runde. Neues Glück. Ich hoffe, ich werde nicht wieder so schlecht ausfallen wie in der letzten Runde. Und was ist es? A shark. So, dann holen wir uns mal wieder Clay. Clay. Oh, was braucht man denn alles für einen Shark? So, ich habe jetzt erstmal hier ein bisschen den Anfangs-Shape gemacht. Ich hoffe, man kann sich relativ hoch bauen. Ansonsten liegt das nicht so wirklich auf. Meine Rechnung hier. Wie habe ich das da gemacht? So. Eins zur Seite. Und wieder insgesamt drei runter. So. Eins, zwei, drei. Ich glaube, ich muss das austauschen. Oh. Noch drei Minuten. Ah, ich muss mich auch echt beeilen. So, jetzt muss ich echt alles geben mit den Hochbauen. Boom, 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 boom. So schnell wie ich kann, muss ich das hier zubauen. Ansonsten habe ich zu wenig Zeit hier. Zack, 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 zack. Boom, 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 boom. Zwei Minuten noch. Das wird eng. Eine Minute noch Hilfe. Das muss zackiger gehen. Hier. 31 Sekunden noch. Das wird verdammt eng, Leute. So, hier fehlen noch die Augen. So, und so. Und die Zähne fehlen noch. Die Zähne fehlen noch. Hilfe. So, 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 so. Zack, zack, zack. Äh, was habe ich hier gemacht? Zack, zack, zack. Oh, man kann es erkennen. Aber es ist echt schlecht, Mann. Mann, es ist super schlecht, ey. Mein Eis am Bleeding. Meh. Das sieht nicht aus wie ein Hai, finde ich. Das ist not der Hai. No, no. This is not der Hai. Äh, okay, ja. Das ist gut, das ist gut. Das kann man so lassen. Äh, das ist nicht so gut. Meh. Naja, eher gesagt, mein Eis am Bleeding, weil da ist noch nicht mehr ansatzweise irgendwie ein Hai dabei. Ja, das finde ich auch gut. Das sieht okay aus. Hm? Oh, der sieht mega gut aus. Everything is awesome. Ja, der sieht super gut aus. Oh mein Gott, ich bin Letzte. Das war auch nicht anders zu erwarten, weil das sah echt Mist aus. Neue Runde. Das hier, das hier, das hier. Aber ich glaube, eine Brezel ist heller oder so. Ich glaube, eine Brezel hat schon eher diese beiden Farben hier. Also fangen wir doch mal an. Bauen wir hier hoch, ja. Dann gehen wir ein bisschen weiter hoch. Genauso wie hier. Komm, das weiten wir hier noch so ein bisschen aus. Oh, ich glaube, das wird eine gute Brezel. So, noch ein Stück weiter. Zack, 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 zack. Und dann treffen die beiden sich hier in der Mitte. Ja, so, moin, das geht. So, und irgendwann mal gehen wir wieder auseinander. Zack, 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 zack. Ja, die Brezel ist ganz gut. So, jetzt formen wir das noch mal ein bisschen. Zack, zack, zack. Zwei Minuten noch, das schaffen wir. Logger, vielleicht machen wir das hier außen jetzt auch noch so. Ansonsten machen wir das gleich wieder weg, wenn das nicht so aus wie ich es mir vorgestellt habe. Wir haben ja noch eine Minute, eine ganze Minute Zeit hier. Ja, das passt so. Jetzt holen wir uns was Whites. Machen hier noch ein bisschen Salz drauf. Ja, ja, das ist sehr gut, Leute. Ich habe mir gestern eine Brezel gekauft, die war mega lecker. Ja, so, und da habe ich wieder gelernt, wie geil Brezeln sind. Ja, die Brezel ist richtig gut. Die ist voll gut geworden, finde ich. Komm, hier unten kann man noch ein Salzstückchen machen. Da oben auch noch. Die Brezel ist gut geworden. Ist eine gute Brezel. Die Brezel kann man locker so stehen lassen. Die ist schick. Schicke Brezel ist das. Na, na, was gibt ihr so? Ja, gut. Nee, geht's noch gut, gut, gut. Überwiegend gut. Oh, da hat sich aber jemand eine Idee gemacht mit Knöpfen. Ja, it's okay, Leute. It's okay. Ja, das ist, äh, was ist das hier? Ah, okay. Das ist auch eine geile Idee. Aber immer noch nicht die perfekte Brezel. Das ist mir zu symmetrisch. Oh, ja. Das ist, das ist, das kriegt ein Amazing von mir. Weil, das sieht echt gut aus. Wie die da dampft und so. Das sieht gut aus, ja. Props an Lala Laura. Oh, da hatte jemand dieselbe Idee. Aber das andere fiel mir besser. Das kriegt leider nur ein Good. Oh, Mann. Leute, was ist das? Das geht gar nicht. Das ist noch nicht mal Fehler. Oh, it's okay. Süße Idee. Aber die Brezel ist halt so groß wie sein Kopf. Äh, okay. Äh, 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 äh. Bin Zweite geworden. Zweite ist okay. Aber ich frag mich, warum Lala Laura nicht Erste geworden ist. Weil das gefiel mir eigentlich besser. Aber nun denn. Lieber Mike. Glückwunsch an dich. Und es geht weiter. Ein Computer, ein Pixler. Das lässt sich gut bauen. So, wie bauen wir das? Wir nehmen hier schwarzen Haaren. Da hab ich eine mega geile Idee, Leute, gleich. Äh, wir bauen erst mal den Computer. So, bauen wir uns hier hoch. Zack, 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 zack. Boom, 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 boom. So. Hier machen wir unseren kleinen Computer ein. So, zack, zack. Dann nach links. Äh, das war nach oben, aber geil. Gell. Das wird eng mit dem Platz. Äh, bis zum Asymmeter. Aber egal. Bisschen sehr asymmetrisch. So, dann kommt hier noch eine Tastatur hin. Oh, da juckt die Nase wieder. Geht ja gar nicht. Dann brauchen wir noch irgendwo eine Maus hier. Fünf Sekunden nur noch. Oh, weia. Also, es gefällt mir irgendwie gar nicht. Hahaha. Ja, und wir sind mal wieder. Oh, meine Nase juckt. Das geht gar nicht. Naja. Ich hab, ich hab, äh, bin ich blöd. Warum hab ich denn bei dem G nicht diesen Strich noch gesetzt? Das ist, äh, wie doof. Ja, also, äh. Ja, ist gut. Ich geb's dem gut. Ja, das ist auch ganz gut, finde ich. Das ist ganz schön. Ja, ja. Hahaha. Da hat jemand den Ugandan Knuckles gebaut. Lustig. Ja, das ist ganz niedlich. Kriegt alles von mir in Good heute. Heute haben wir mal die Goods raus, Leute. Okay, das ist sehr, sehr klein gehalten. Meiner Meinung nach ein bisschen zu klein, weil mein Monitor sieht leider nicht so hochkant aus. Äh, ja. Und das ist ein bisschen zu wenig. Da hätte man mehr machen können. Ja. Mäh. Mäh. Na gut, eigentlich mein Eis am Bedingen, weil das ist echt... Fehler! It's okay. Das ist ja Monitor, ey. Geiler Monitor. So klein. Oh, der, der ist gut, finde ich. So, nee, die hatte ich auch, aber ich dachte mir, nee, brechen wir das lieber ab. Oh, das ist auch gut. Ja, das finde ich gut. Das ist alles so gut. Ist das schon wieder um Gattnernackens? Oder was soll das darstellen? Oh, richtig schlecht. Ja, gut. Naja, Pixelart sind nicht so beliebt. Das lernen wir aus der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Hau da rein, Leute. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020